Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum Wetter. Am Sonntag wird es vorübergehend sehr stürmisch und sehr mild. Im Südwesten am Oberrhein sind teilweise bis zu 15 Grad möglich. Montag, Dienstag wird es etwas kälter, aber dann startet der Sonnenfrühling so richtig durch. Die Temperaturen steigen teilweise auf 10 Grad und mehr und die Sonne scheint fast den ganzen Tag vom Himmel. Ja und damit scheint sich der Frühling erstmal festzusetzen, wie lange das ist aktuell noch offen. Aber der Sonntag, der hat es noch in sich, denn dann kommt das Sturmtief Uwe zu uns gezogen. Und das bringt vor allen Dingen im Süden mächtig viel Wind, aber auch sehr milde Luft. Die Temperaturen erreichen dort teilweise bis zu 15 Grad am Oberrhein. Das wird also hier eine sehr milde Angelegenheit werden. Im großen Rest des Landes, da erreichen die Temperaturen 8 bis 12 Grad und auch das ist für die Jahreszeit viel zu warm. Es gibt Tauwetter bis in die höchsten Lagen der Mittelgebirge und der Alpen. Und dazu auch immer wieder Regen und vor allen Dingen einen heftigen Wind. Im Westen, Südwesten und im Süden, da erwarten wir ab den Mittagsstunden teilweise schwere Sturmböen. Lokal gibt es auch mal kurze Gewitter und bei Gewittern kann es eben hier im Süden auch mal für schwere Sturmböen im Flachland reichen. Um teilweise 100 bis 105 Kilometer pro Stunde. Und in den höheren Lagen sind sogar Orkanböen möglich. In der kommenden Nacht wird es dann schon wieder kälter auf der Rückseite von Sturmtief Uwe. Die Temperaturen gehen zurück auf 5 bis 2 Grad. Und in mittleren und höheren Lagen, da geht der Regen dann schon wieder in Schnee, Regen und in Schnee über. Und Wind ist dann vor allen Dingen hier noch im Südosten ein Thema. Am Montag und Dienstag ist es dann nasskalt. Die Temperaturen erreichen zum Wochenstart 2 bis 7 Grad. Am Dienstag werden 1 bis 8 Grad erreicht. Es gibt ein Gemisch aus Sonne und Wolken. Stellenweise kann es in mittleren und höheren Lagen noch etwas Schnee, Regen oder Schnee geben. Aber ab Mittwoch ist es dann weitgehend trocken. Und die Temperaturen, die ziehen wieder an. Am Mittwoch 4 bis 10 Grad. Und in der zweiten Wochenhälfte wird es immer wärmer. Der Frühling, der will so richtig aus sich rauskommen. Am Donnerstag, Freitag und am Samstag viel Sonnenschein. Und die Temperaturen, die steigen von Donnerstag 6 bis 11 Grad. Auf Samstag 7 bis 14 Grad. Der Frühling scheint sich also erst einmal zu etablieren. Und der Winter, der ist abgeschlagen. Ja und das Wetter für euren Ort, das gibt es natürlich wie immer unter www.wetter.net. Tschüss, bis bald. Untertitelung des Wetters